Fändest du Toss? Ja, schick, schick! Ich guck, ich guck ja nicht im Stream. Also wir, für die sie checken hier... Bei mir ist grad ein alter Klatzen-Kamerad von mir. Und der hat anscheinend Toss-Videos von mir. Wie zu tossen? Ich weiß nicht. Zeig! Ja, ich würd's auch wissen. Zeig mal! Also auf Discord. Bro schreibt er luxemburgig? Ja! Er schreibt die ganze Zeit luxemburgig. Das ist crazy. Warum hab ich ne Mülltüte auf? Ich check's grad nicht. Re-Goals-Prime-Hugo. Halt deine Fresse! Hä? Hast du noch mehr davon? Da ist auch ein Video. Oh! Oh! Wie seh ich aus? Oh! Digger! Tolles Haar, aber... Ja, das stimmt. Du, streck mal bitte bis 15 Minuten. Ja, äh... Dicks muss jetzt kein... Bro! Hast du noch mehr? Ich brauch jetzt 15 Minuten. Ich brauch... Luca braucht ein Video. Schick mal mehr. Ich hab ein Video. Da ist ein Video. Aber... Bruder, ich kann jetzt nicht... Also wenn da... Andere zu sehen sind, kann ich dir halt nicht zeigen. So... Ja, hier ist... Hier ist auch noch ein Bild von mir. Bro... Oh! Ega! Halt deine Fresse! Deine Haare, Alter! Wie voll die sind! Halt deine Fresse, du Wichser! Das ist so krass! Du bist krass! Du bist krass! Ich schlag dir gleich ins Maul! Ich schlag dir gleich ins Maul! Ich schlag dir gleich ins Maul! Danke für mich zum 20. Dankeschön! Der hat noch keine Chunks gefehlt! Egal, ist das? Du Wichser! Es fehlt immer noch keine Chunks hier! Fanden nix, aber der Rest... Ja, warte, ich guck mir das jetzt einfach privat an! Ja... Ich... Ich kann das nicht sein! Oder ich kann schon, aber ich muss aufpassen, dass ich... dass ich pausiere rechtzeitig! Das ist crazy! Warte, ich guck nochmal... Okay, warte, ich zeig's euch! Ich zeig's euch! Hier! Ich hab Angst! Was war's? Warte, kann ich euch nicht zeigen! Bro, ich hab eh... Warte, ich guck mir den Rest noch an! Den Rest hab ich mir gar nicht angeschaut! Ich fick da irgendeinen anderen! Okay... Was... Was ist Hausmeister Video? Hast du noch was geschickt? Was ist daran Toss? Nein, es... Oder hast du noch was Tosses? Also Toss ist da jetzt nix? Glaub ich... Also bis jetzt noch nicht... Aber das sind halt so Sachen, die so private sind! So was sagt er? Was ist das? Ja, das ist halt luxemburgig! Aber ja, da ist halt ein riesen schwarzer Dildo in unserem Chat! Deswegen ist das Toss! Digga! Wir haben das letzte Mal gechattet 2019! 20.09.2019! Digga! Ich schick ihm so... Ich schick ihm so Platzierungen in Fortnite! Oh Gott! Was hast du... Alter! Der Chat ist legendary! Ich wo... Holy shit! Was ist da alles drin? Okay, warte! Das ist noch ein Video! Das muss ich auch noch kurz schauen! Ich zeig ihm nur einen Screenshot! Digga! Weil hier! Schaut euch das hier mal an! Real Supporter Day 1! Kompetenz Merch! Basti.GG! Supporter Numero 1! Digga! Real Talk Day Merch is rare, oder? Digga! Wie viele Leute haben den Merch? Ja, okay! Was ist das? Digga! Oh mein Gott! Was ist das? Prime Hugo! Was ist das für ein Scheiß-Demoto-Mixer! Äh... Im Video bin ich nur drin? Ja... Warte, ich guck mal! Eigentlich schon! Eigentlich bin im Video nur ich zu sehen! Also eigentlich kann ich euch zeigen! Digga! Ich weiß noch gar nicht, was ich da sage! Aber ja! Hier! Das ist auch... Digga! Jetzt fängt es so an ein bisschen... Hier! Das bin ich! Warte! Ich guck's noch mal! Ich guck's noch mal kurz durch! Oh! Oh! Da hat man irgendwen gesehen! Harry, doch keine Ahnung wer das ist! Ich kenn die selber nicht! Weil... Irgendeine Frau! Okay! Rare Aufnahme, wo ich in der Schule war! Oder holy shit Digga! Fixer, Alter! Yeah! Ja! Bruder, was? Was? Was willst du von mir? Wie jung... Wie? Wie jung... Ja, hey! Ich war in der Schule, du Wichser! Bro, aber das war halt Retalk noch krasser Du Wichser, Alter Du Wichser Du Wichser, du Wichser Du Wichser Das ist mir so hart Das ist mir hart, Digger Was für ein Opfer war ich da Motherfucker, kommt ihm mit 6 oder so Geh weg Geh bitte weg Geh bitte weg Geh bitte weg Geh bitte weg Ey, nein, nein, nein Das, das, das ist gefeint Du gehst zu weit, du scheißgeil Du Hohensohn Deine Mutter ist jetzt so tot, der es liegt Und dein Vater, oh mein Gott Ja Jetzt noch mehr View als Tavix Digger, in welcher Galaxie sind wir angelangt, dass ich Dass ich mich mit Tavix messe jetzt Was ist passiert? Was ist passiert, Digger? Wie ist es so weit gekommen? Es gibt auch weniger Hugo Streams Meine Mutter ist da Oh mein Gott Ja, es gibt Zaujaujau Bum, bum Wie ist es klar, hast du deine Hauptaufgaben schon gemacht? Ja Du hast dich eine Pfub in Mathe Oh mein Gott, das Abendbrot für heute ist schon fertig und dein Brot für morgen habe ich dich schon geschmiert Boah, ich freue mich so auf Micrift, ne Roman, demnächst ist so ein Micrift, äh, Micrift-Ding Boah, ich freue mich da so drauf Micrifts, Micrifts-Content, Jungs Diesen Monat noch Jetzt stellen wir mal vor, ein 6-jähriger guckt das, weil YouTube ist ja in Ordnung Kann ich hier mal bumsen? Kannst du mich jetzt bumsen? Ich schließe mich von dem, das ist schon mehrere Jahre alt Oh, komm zurück Ich, ich distanziere mich davon, okay? Sorry Der classic Speed wannabe Digga, was hab ich Alter, was benutze ich da für einen Stuhl? Bro, wann hab ich den denn benutzt? Der ist doch kaputt, das Jahrhundert The fuck, Digga? Ja, also warte nochmal ganz kurz Also Hugo hat gesagt Man darf an dem Pfeil kommen Und du bist jetzt da zum Kommen Und du hast jetzt auch was zum Kommen Und du willst da jetzt auch wirklich dran kommen Alter, das ist doch scheiße Das ist korrekt, ja Okay, ja dann Okay, da kommst du jetzt Was ist das hier eigentlich für ne... Oh mein Gott Ne, ich... egal, passt schon Da kommst du jetzt Da kommst du jetzt Da kommst du jetzt Was ist eigentlich aufs Veto geworden? Der Team ist legit weg, ne? Der ist tot Oh, der hat fast hochgeladen vor 8 Tagen Ich teste 18 Microphones mit null Downloads Digga, macht der eigentlich noch was anderes, Bruder? Bro, Bro, minus Thumbnails Die gleichen Thumbnails seit... Veto war Aftershow, echt? Digga, minus die gleichen Thumbnails seit Monaten Digga, seit Jahren Digga, das ist nur Buzz die G&G die ganze Zeit Das ist crazy Zum Glück ist YouTube in Ordnung Das Thema Wechseljahr bin ich auch für Nein, 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 ich will jetzt noch wissen, was... Äh, äh... Man, Bruder... Wenn ich mit YouTube ist okay meine, meine ich YouTube Main Channel Mein Letzugo-Channel Geht auf Letzugo-Channel Ihr werdet keine einzige unfriend... F-f-f-sache finden ReTalk Angst, deswegen muss er jetzt sagen Ich muss halt nachdenken grad, ehrlich gesagt Achso, Digga, er weiß ganz genau Er ist ganz genau im Kopf, Alter Ja, voll, ultra, unangenehm und cringe Dass ich nicht weiß, auf welcher Kategorie Porn ich wichse, Alter So unangenehm, oh mein Gott Oh, dieser Wicht... Oh mein Gott, der... Der Wichtiger von Davos Fuck mich so ab Bitte halt deine Friste Du hast gerade gesagt, dass du süchtig as fuck bist Also müsstest du eigentlich direkt wissen, auf was du dir einen wiggelst Digga, bist du dumm? Ich geb fucking porna.com ein und wichs mir ein Was für eine Kategorie, Alter Porna, Porna ist nicht mehr Porna, Bro Family Friendly Oh Digga Ich konnte den ganzen Tag nicht sehen Ich hatte den ganzen Tag nicht sehen Ich konnte den ganzen Tag nicht sehen Digga, IT-Fresse Ich war blind Ich war blind Digga, scheiße, du warst so blind Ich hab mir auch schon ins Auge gewixt, aber die Wippern fangen das ja auf dann Und schießt du mal wieder auf dem Server, Bro Ist der Server nicht tot als tot? Ist überhaupt ein Server, der nicht tot ist? Boah Digga, ich muss so auf die Toilette gehen Oh mein Gott Digga Was ist das? Spiderman? Ihr könnt euch freuen Auf Youtube kommt nämlich Demnächst auch ne richtig geile Werbung Warte, 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 ich zeig's euch Oh, boah, ich zeig's euch nicht Ja doch, ich zeig's euch, komm, scheiß drauf Hier, oder Retalk Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr was angenommen wird Das sind vier Sekunden von der Werbung Ich weiß nicht mehr wenn man keine érie Lass uns Vielen Dank.